So, moin und willkommen zu einer Runde FIFA Ultimate Team mit dem Beowulf. Hier seht ihr seine unfassbare Mannschaft, aber in dem Sturm, in diesem Nest, habe ich auch gehabt, den Typen, den kenne ich. Der ist eigentlich ganz okay. Ich habe dann aber verkauft, weil es so schlecht war. Ach ja, ihr habt das in meinem Team noch gar nicht gesehen, siehste, ich habe das nicht mehr vorgestellt. Das sind halt alle Spieler aus der Premier League. Markus Premier League, du kannst A drücken, bitte. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt einmal zocken. Hat ja wieder ewig gedauert, wenn der Beowulf mal seine Controller mal kaputt macht. Das ist jetzt der dritte, ne? Den darf ich nicht kaputt, man, der ist so geliehen. Der kriegst richtig Ärger, glaube ich. Alter, es ist auch so, als wenn deine Spieler Jeans an hätten. Ja, haben sie ja auch. Boah, ich bin noch ein bisschen krank, hört mal, ne? Nur eine übelste Krankheit. So, das ist kein Foul. Oh, das war ein Foul. Ja, das ist halt FIFA-Logic. Oh nein, war blöd gemacht, ey. Ey, was macht den Torwart? Was macht den Torwart? Was zum Teufel? Alter. Das wird nicht erzählt, ey. Oh, jetzt wird gleich mal richtig warm. Alter, fängt ja schon mal richtig gut an. Kenn mich. So, sieh durch, Digga. Letzt dich durch. Letzt dich durch. Ach, fuck, Alter. Boah, was für ein Schuss, Hammer. Guck mal, Pässe 83% bei mir, Hammer. Kommt bestimmt in den Highlights, der Schuss, ne? Ja, richtig mit so Musikuntermalung und so. Oh, schöner, passt auf jeden Fall. Passt in den Lauf von meinem Spieler. Uh, der kommt an. Oh, der kommt an. Uh, nee, das ist schön. Übertreibt man nicht. Du brauchst keine Spannung aufbauen, wenn die Aktion scheiße ist. Weil deine Abwehr ist nicht so dicht, ey. Was ist denn da los? Was spielst du denn für eine Formation? Den wirst du selber nie, ne? Nee. Ja, ähm. Ich glaube, 4-4-2. Ja, 4-4-2, glaube ich. Standard, also. Ich spiel ganz gerne mal 4-3-3. Oh, der kommt. Den hab ich super gesehen. Pass rüber. Oh, Mann, ey. Ich hab vor Schreck nicht Torschuss gemacht, sondern Flanke. Das ist egal, ich kann. Aber hat gepasst. Das war eigentlich so ein Positor, weil ich immer gepasst hab. Aber mit Hacke. Oh, geil, ey. War schon geil. Naja, hält sich in Grenzen. Und ich werde das häufiger mal Ultimate Team spielen. Das heißt, wenn ihr selber mal gemisch zocken wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich spiel auf PC. Bevor wir fragen kommen, ob ich der Konsole ich zocke. Wir checken ja viele Leute gar nicht. Oh, Mann, ey. Der ist zu langsam. Jetzt, 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 jetzt. Nein, übertreibt mich. Doch, den hab ich gesehen. Den hab ich gesehen. Den hab ich gesehen. Ein großes Problem von... Nein. Uuuuuh. Ich wollte grad sagen, ein großes Problem von meiner Mannschaft ist, dass meine Innenverteidiger sind mega langsam. Alter, das geht gar nicht. Da ist einer drinne. Ich hätte für Dimi Kiel ist drinne. Weißt du, der ist auch mittlerweile schon ein bisschen älter. Der hat ein Tempo von 47 oder so. Das geht gar nicht. Vielleicht ist es auch rausgenommen, aber dann ist es auch nicht schnell. Ja, ja, gut, war ganz okay. Ich fand den geil. Mit Ansage jetzt, ein Steilpass und ein Tor. Mit Ansage ein Pass. Alter, klasse Typ. Nein, der ist viel schneller. Boah, Alter, du hast mal ihn getötet. Ja. Das ist so insgeheim mein Plan, einfach die guten Spieler von dir auszuschalten. Hab ich ja gar keine. Ah, fuck. Das ist ja der Witz an der Sache. Mein Stürmer ist auch Christian. Ja? Ja. Na, richtig cool. Kann mich kaum noch halten. Oh, lass dich den Ball einfach so easy abnehmen. Oh nein. Oh yes. Ach ja, komm. Ich krieg ne Karte. Das gibt ne Karte. Ja, ich glaub auch. Renn weg. Renn weg. Renn weg. Ah, siehst du. Warum greifst du denn in der erste Tasche immer? Ja. Boah. Ach komm, Alter, das ist doch... Ich hab ihn kaum gefühlt. Guck mal, er ist noch nicht mehr hingefallen. Pass doch endlich. Yes, zieh durch. Du beschneidest. Ja, komm. Mann, ich hab doch A gedrückt. Yes. Nein. Unten rein. Ja, schlabbert ihr beide ein. Fuh. Guck mal, der Rasen, ey. Hammer, ne? Ist aber auch nur in Nahaufnahmen, ne? Ja. Aber endlich haben sie es mal drinnen. Das macht so viel aus, irgendwie. Und der Rasen nutzt sich ja auch ab. Aber ich weiß, dass es online auch so krass ist. Man kann es irgendwie, glaub ich, auch einstellen. Letztens nicht. Ist aber nur an den Toren halt, ne? Ja, aber manchmal auch in der Mittellinie so, was keinen Sinn ergibt, weil da ist eigentlich kaum der Ball. Aber der ist richtig schnell, der Typ. Das ist es. Boah, Alter. Boah, Alter. No mercy. Ich dachte echt, der holt den Ball nicht, ey. Fast Kopf, was Torheil macht. Aber was mach ich denn, ey? Warum spiel ich den immer hoch? Ich müsste den immer hoch in den Strafraum spielen, ey. Der ist drinne. Oh, shit. Der Kleine. Alter, faul. Gute Karte. Oh, ja. Macht er da? Weiß ich nicht. Mann, aber 3-1, das ist echt zu wenig. Übertreibt man nicht. Ergebnisse da träumen manche von. Ja, aber nicht gegen so eine Mannschaft. Jawoll. Da hat sich, glaube ich, ein Spieler von dir gezerrt. Oh, yes. Ist egal. Spiel's vorbei. Ich glaube, das ist dein Spieler, oder? Weil meine sind eigentlich von der Fitness her, waren die Vorspieler gut gewesen. Komm, jetzt versuch ich das auch nochmal. Toll. Was für ein Schuss. Ja, was machst du denn auch? 4-1, Alter. Ja, ich will. Boah, Schalde. Ah, leck mich doch. Guck mal, die Trikots sind auch richtig dreckig jetzt. Fick auch geil. Öh. Ja, das war von der ersten Folge. Ich hoffe, er hat auch alles aufgenommen mit Facecam, weil die hat von rumgespackt. Ich hab jetzt extra mal eine Webcam angeschlossen, weil mit EOS Kamera geht die Arne. Nimmt dann nur eine bestimmte Zeit auf, was dumm ist. Ja, wie gesagt, es war die erste Folge von FIFA Ultimate Team. Wenn ihr mich zocken wollt, dann einfach auf dem Teamspiel kommt. CS.Wildoday.de. Spiel auf PC. Nochmal für die anderen, die es mitbekommen haben. Und dann fordert mich heraus. Alter, 9,6 bei Anteke. Wäre doch richtig geil. Wie viele Münzen? Äh, 448. Ah, ich auch 400. Naja, das Problem ist, weil ich bin oft aus dem Spiel rausgeflogen. Und je abgeschmiert ist, ist hier alles Abbruch. Und dadurch kriegst du weniger Münzen. Weniger Abbruchrate, weil die gestiegen ist. Aber ich dafür überhaupt nichts kann, Alter. Das ist so bescheuert. Naja, gut. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und dann geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017